So, willkommen bei der, weiß nicht, wir finden aber wahrscheinlich letzten Aufnahme für heute zu Extermination Day, oder erstmal, ich meine, es ist ja schon, hm, halb 8, vielleicht wird es auch 2, mal schauen, so. Hau knucki. Okay. Hä? Ähm. Okay. Die Map ist gut, das neu. Hm. Da heißt nicht, das für die Bilder pro Sekunde, da kommt irgendwie so stockernd vor. Mhä. Danke schön. Mhm. Oh. Da ist der Ende der Welt. Was? Der kann durch die da verfügten. Hä? Hä? Oh. Ähm. Lieber, der Gage Mark vor. Ich glaube, du hast dir irgend etwas falsch gemacht. Ich kann mir nicht helfen. So kriegst du echt. Ich laufe, ich laufe. Na gut. Da kriegst du den Drehwurm. Oh. Hier geht's so runter. Ein bisschen Munition. Mehr aber nicht. Na gut. Dann lasse ich mir das mal ganz kurz. Vielleicht brauche ich ja später noch Munition. Da ist ein offenes Feld, denke ich erstmal nicht hin. Sieht jetzt so unübersichtlich aus. Oh. Ja. Da fangen wir schon erstmal zu schießen. Genau deswegen wollte ich hier nicht hin. Na gut. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Die hier haben offen. Ist aber geschlossen. Okay. Wir merken uns. Wenn hier irgendwo offen ist, ist in Wirklichkeit geschlossen. Demnach gehe ich davon aus, dass wenn es nicht offen ist, es offen ist. Jetzt wo ich sage, macht es doch Sinn. Klar. Wenn jetzt was nicht offen ist, ist es offen. Dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Zzzzzz. Alter, der hat schon viel Munition mit hier rum. Arschloch. So, okay. Also ist jetzt hier tatsächlich alles zu. Achso, da. Von da komme ich. Hier ist noch ein Secret. Das kann nie schaden. Ähm, das wollte ich gar nicht. War aber zum Glück keine Verschwendung. Von daher ist es, ich sag jetzt mal geduldet. So, dann werde ich das jetzt mal im Safe Room machen. Bam. Am besten nenne ich mal Safe Room, immer Safe Place, weil bei Extermination Day gibt es einfach keine Räume. so. Zumindest sind es nicht so viele. Gut, bei der letzten Map, da gab es jetzt einigermaßen viele Räume. Also super, hier ist es auch zu. Okay. Okay. Muss ich erstmal kurz gucken, wo ich überhaupt finden muss. Aha, 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 aha. Ach komm schon. Blöder Baum. Nein. Nein. Sag mal. Geil. Ist nicht kurz sehr intuitiv gehalten. Kann jemand sagen, wo ich hin muss? Ach komm jetzt. Guck mal. Das meine ich, diese Brocken hier, das ist genau das, was ich in den letzten Wort gemeint habe. Ist schon ein bisschen blöd. Muss ich hier doch irgendwo rein? Geht aber nicht auf. Leute, ich bin verwirrt. Hab ich irgendwas übersehen oder? Da geht's irgendwo rein. Achso, nee. Ist nur. Kann ich hier rüber? Nein, kann ich nicht. Das ist Ende der Welt. Hier auch. Dann komm ich auch nirgends hoch rein. Ich geh nochmal in den Tunnel rein. Wobei das, ja, eher unwahrscheinlich ist, dass das da was war. Dann komm ich hier irgendwo rein oder? Nee, auch nicht. Sag mal Leute. Was ist denn das? Was muss ich denn jetzt machen? Also von hier kam ich, denn kam hier ganz viele Gegner. Da. Die haben mich in diese Richtung gelockt. So. Kann ich da... Ah, okay. Das macht sogar Sinn. Dann sprich könnte ich über den Zaun rüber oder wie jetzt? Oh. Da sind ein paar unfreundliche Gestalten. Da. So. Okay. Aha. Och nö. Ernsthaft jetzt. Ja, teuer, seid ihr ernst? Ähm. Wo der jetzt sitzt? Hallo. Da. Ochne, wir kommen aus eurem starken Gegner. Ähm. Kommt, wisst ihr was? Kräft er gar nicht. Ich dachte, ich kann jetzt so eine Kettreaktion auslösen. Nein. Da geht's. Oh, Alter. Wo denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Oh, Mann. 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 Oh. Oh, Mann. Nein! Okay. Das ging sogar einigermaßen. Hier habe ich Rechnition. Oh, ich war schon nutzbar. Also durch Ruflinste war es wahrscheinlich doch verschwindet. Okay, dann geht es jetzt hier rein. Und dass sie tatsächlich wieder so aus wie ich es für in der Rückkarte, war der halt mit angelehnt. So. Da ich dieses Welcome hier nicht ernst nehme und glaube, ich bin hier gar nicht willkommen, werde ich erstmal wie eine Pussy speichern. Oh, ja, oh, oh, ähm. Oh, genau. Bringt das denn wieder den um? Ach, Mann, du warst. Was zur Hölle? Nein. Oh, Mann. Nein, weg, 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 weg. Ich bin eigentlich schon eingestellt. Ey, hallo, wo bin ich denn jetzt hier? Äh. Soviel zu dem Thema. Auf den Schluss wieder im Handschuhfach. Na, komm. Klingt schon Hartz-V-Kor gemein. So. Oh, Mann, Alter. So. Oh, hier bin ich einigermaßen sicher hinter der Mauer. Hier ist zu. Hier ist auch zu. Hier ist auch zu. Äh, was ist denn da unten? Oh, Mann, da so, du. Kommt. Na, wo sind die denn jetzt? Hallo? Alter, ich sehe niemanden. Wo sind denn diese Cyberdemons jetzt? Ja, komm, leck mich. Werde, ich verstecke mich schon so. Okay. Klassik. Komm ich nicht dran. Klassik. Oh, dieser Trainer hat noch mal ruhig hin müssen. Nein, hier auch nicht. Okay. Da kommen wir nicht hin. Hier bringt es mir nichts hinzugehen. Äh, hier ist auch nichts. Das ist auch so ein bisschen Leben, das ich jetzt noch nicht gebrauchen kann. Wobei man lieber nicht immer gebrauchen kann. Also hier unten geht es gar nicht. Dann geht es mal hoch. Auch dafür haben wir eine alte Ewigkeit. Ach Gott, ey. Na los. Nein, da geht es nicht weiter. Hier geht es wahrscheinlich nirgends wo weiter. Ach komm, ich geh raus. Ist mir nicht zu blöd. Geht auch nicht. Also langsam finde ich das ein bisschen blöd hier. In der Mitte. Auf dem Karrobrett. Karrobrett. Gott dammit. So. Na komm, 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 komm. So. Was ist das jetzt? Ach so. Der Nachweis, dass ich geöffnet habe, die Tore. Na komm, komm. Ach Mann, ey. Los jetzt. Ein Glück gibt es Sachen, die man nicht verstehen muss. Manche tun es nicht wieder gar nicht. Manche gehen ausschließlich automatisch. Okay, hier ist auch schon wieder ein Aufruferzeichen. Also ich glaube mittlerweile echt, dass Extermination Day gar nicht dafür gedacht ist, mit anderen Mods zusammen gespielt zu werden, sondern wirklich ausschließlich für Bruteltum gedacht ist. Weil mit diesen ganzen Ausruferzeichen ist schon hart kacke. Ich meine, damit wir jetzt wirklich nicht mehr diese Fehler, dass sie überall fehlende Texturen sind, wie bei den ähm, älteren Levels, aber es ist trotzdem schon ganz schön scheitert. Na komm. Ach komm. So. Dann geht es auch runter und jetzt reicht es mir langsam. Na los, runter. Zuuuum. Parham. Wow. Natürlich, ich bin ja, äh, ich kann das, ich bin ja, keine Mutter. na ja ja komm schießt doch so die ganzen häuser wurden auch schön ordnungsgemäß so muss das sein werde ich gleich mal in meinem bericht positiv bemerken also vermerken meine ich doch das sieht alles ein bisschen sehr karg aus aber bei kommen also hier sehe ich hätte ich gerade sehr viel mühe gegeben da sieht ihr schon fast einfach einfach so ein paar länder lang gezogen und die dann ein bisschen angewogen ist da naja hier bei den straßen merkt man es auch extrem dass es nicht so ganz passt ja komm ja komm komm sooo kommen die zu mir oder brauchen wir noch eine extra einladung das sieht gut aus ok da bin ich ja erstmal auf die finale version gespannt von examination day auf jeden fall ist eines klar sobald ich hier mit dem doom for doom let's play fertig bin ich finde einfach hier ist sehr viel vergeudet sehr viel vergeudetes potenzial und ich hoffe einfach dass das einfach nur daran liegt dass aber ich wusste gar nicht dass die sniper haben ich wusste gar nicht dass die sniper haben vor allem für alle würde er an ich bin typ mit den roten lasern ist ja die kannst du auch wenn ich laufe aber gut was die können kann ich schon lange oder auch nicht wo ist denn die andere hin da waren noch drei stück zwei auf dem dach und einer war noch woanders äh äh lol äh ah oh 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 alter langsam wo jetzt jetzt werde ich wieder von zwei seiten beschossen alter lecko mio arsch kann nacken ja 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 komm komm ah ja klar ich kriege die hauswand oder ah hat getroffen ich bin in der falle hier gab dachte gerade schon das war gerade ein echt schlechter buch von mir praktisch an die wandrand zu gehen an die wandrand zu laufen weil naja durch die wand hat sich natürlich keinen ort mehr ein wenig ausweichen konnte so immer hinter die ecke noch dass ich hier einigermaßen sicherlich vor diesen roten laser kanacken da ist ja einer oha ähm ich wollte eigentlich diese roten laser kanacken erstmal ausrichten äh auslöschen na komm schießt genau dann kann ich nämlich zurück danke na komm trau dich andererseits wisst du komm ganz ehrlich die kann ich auch hier mittels ihr wisst schon was ich meine na komm alter wie ich einfach trotzdem äh schaden komme ja was wow mal 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 Das war's für heute. Geh doch! Wohin wird die denn? Der schießt ja bis nach... Joach, du Kacke! Okay, der sieht aus wie weg. Geblasen. Oh nein, 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 nein! Alter, leck mich! Komm jetzt her! Alter, die mit ihren sofort treffen alles, was irgendwie Arsch... Es ist ja schlimm, ist das ja! Komm! Oh! Gott! Ab und zu haben wir einfach mal ein Gefühl der Hasslosigkeit. Komm, komm! Ja, ja, weg hier! Schnell! Sonst... gibt's auch was. Alter, lecker mio! Warum können die... Warum haben die mich sofort im Visier, obwohl eine Mauer zwischen uns ist? Ja, hier! Der schießt sofort, obwohl er mich noch gar nicht sehen kann! Mal kommen! Ach... 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 So, noch mehr die hier rum tun? Ach... 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 Gott, das hast du riesen offenes Geländer! Alter! Also, groß ist die Muppe auf jeden Fall! Das Problem ist halt, es wirkt halt extrem eintönig! Also, grafisch aufgearbeitet werden muss die Map definitiv noch! Ich meine, sie sieht schick aus, definitiv! Aber solche Flächen da zum Beispiel, oder hier... Elendlich gleich aussehen! Es wirkt natürlich schon ein bisschen... An der Titus abgelaufen! Alter, da funge jetzt 50.000! Bin so gut wie tot! Da kommen noch mehr! Ich muss hier weg! Holy Shit! Ich bin am Arsch! Leute, geht mal kacken! Deine Mutter ist mein Vater! Uäh! Hallo! Hallo! So, jetzt muss ich auch gucken, wer hier von wo kommt! Ja, 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 klar! Uäh! Hat also schon die neue Waffe aufgewählt? Aaaaaah! Altersweder! Äh! Deswegen. Ja, theoretischern wir hier. so also ich weiß gar nicht so schön schon war hier werde ich wieder ging es endet er mit der map da ist man hier war es schon? ne, doch so, wie sieht es waffentechnisch aus? sieht es beschissen aus dankeschön wo muss ich jetzt eigentlich lang? und vor allem noch bessere frage wo kann ich mal kurz speichern? ohne dass ich jetzt Angst haben muss dass irgendwas hier mir den Garaus macht das sieht auch prummell aus durch diesen Schattenstrich ist es echt die frage ob das hier gewollt war dass es hier so ist oder ob das eigentlich unplanmäßig war das versteckt viel oh, schau hier geht es auch nicht weiter äh da geht es nur bedingt weiter also hier schonmal nicht äh ja komm 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 äh du bist voll ja da geht es weiter bis es aussieht ja genau das habe ich gewollt genau das hat funktioniert okay da kommt schon wie greift es jetzt nicht die spinne an jawoll hier ich hatte das oh hart ähm da da komm 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 ich brauche wieder schrutschen munition das ist ja jetzt eher tragisch und hier hin und gott das was ich bin also an spinnen haben sie hier echt nicht ich denke ich nicht weiter aber ich habe hier schon versteckt vor die dinger andererseits gerade ehrlich so wird ein schuh draus wahrscheinlich nicht all zu viel munition ich bin irgendwo wo sie mich sieht aber ich bin ach da hinten vor allem ach da hinten gott kommt du bist jetzt mal weg hier ich muss hier denken ich weiß klingt sarkastisch aber ich muss denken wo alle tagen die mich eisgelt im visier hat so er wird zurück weil mein bauch juckt ok jetzt bin ich wieder bereit und zwar hart was 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 macht ihr denn jetzt da los bring ihn um und nein das ist das nicht mich obwohl er direkt davor war oh Junge noch mal oder das ist jetzt bald mal ja komm ich bin tot ich hab's gewusst meine fresse weg hier aus sowas hab ich jetzt keinen bock mehr komm dann bin ich offen vom auto nein interessiert mich nicht mehr wo ist diese verfickte spinne hier nein hier auch nicht nein hier auch nicht Alter mach mal so raus hier mach mal so raus hier ich siehst ja gar nichts mehr das wollte ich machen so die mache ich jetzt gegenseitig fertig naja ich bin ja vielleicht schon für Muttern umgeben ich geh mal kurz in Deckung soooo Hallo? 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 Okay, da hinten sind welche, die kann sich von hier aus relativ einfach... Oh, da hinten ist eine Spille. Nein, ich will da greifen. Bitte geh weg. So. Da ist der und mit ein bisschen Glück kriege ich die Spinne dazu, dass sie den Typen da erledigt. Aha. Das war dumm, das war dumm, aber ich hab Glück gehabt. Okay. Oh, Alter, welche Spinne... Nein, welche Spinne greift ich jetzt an? Wo kommen diese Schissdinger her? Von da. Hey, jetzt aber... Haben die jetzt doch die Surround oder was? Danke. Oh, wow, gerade verschwunden, als ich verschätzt habe. Ach, leckt mich doch alle am Arsch. Leckt mich doch alles so hart am Arsch. Ach. Also für die Runen, die ich jetzt bin aus dieser Map echt nicht gedacht. Die sind viel zu lange Wege. Ja, komm. Mhm. Danke. So, hier bin ich einigermaßen sicher. Hoffe ich doch. Aber wahrscheinlich auch nicht. Schonmal wegen meinem... Ja, ich bin überhaupt nicht sicher. Ich bin kein bisschen sicher. Ist das Scheiße. Ist das Dreck. Ich hab so überhaupt keine Ahnung, wie ich hier irgendwie einigermaßen effizient die Fische umbringen soll. Ja, wow. So, was ist das jetzt? Habe ich da jetzt noch einen Ruhn? So, und wenn sich diese Ruhn jetzt nicht lohnt, dann rastet ich dann wir mal aus. Hm. Geht doch schonmal. Wo muss ich jetzt hin? Hier schonmal nicht. Da hinten ging es auch nicht weiter. Nein. Hier ging es auch nicht weiter. Aha. Boah. Okay. Okay. Also die... Das hier hat sich gelohnt. Kann sich so einfach für jeder Ruhn laufen? Ach Leute, wie einfach das dem doch wäre, wenn alles so schön klappen würde. So, dann muss ich einmal ganz kurz gucken, wo hier was ist. Hier noch welche. Ja, hier ist hier schon das Exit. Das war's schon. Na, das war ja mal nice. Okay. Aber wir haben kommen noch Munition. Oh. Und jetzt kommt auch noch Gegengang. Äh, das mache ich am meisten. Aha. Hier geht... Da unten ist noch ein... ein Lightning Gun, oder? Zieht aus wie... Uah. Ich bin gefallen. Hä, hab ich schon eine Lightning Gun? Oh. Tatsächlich, hab ich schon. Ist ja nice. Da wollen wir mal wieder ein bisschen Leben aufsammeln hier. Oha. Okay, Leute. Ich glaub, ich brauch Scheiße. Bitte sagt ihr, dass ich nicht gespeichert habe. Komm, 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 komm. Ja, perfekt. Weil das dahin, was ihr da gesehen habt, ist ein fucking scheiß Arsch Portal. Und das Problem an diesem arsch fucking scheiß Portal ist, dass man dafür arsch fucking scheiß Portal vielmäßig Munition braucht. Und ich hab so Zoom so ziemlich gar keine Munition. Gut, da hab ich grad wieder ein bisschen was aufgesammelt. Aber Raketen zum Beispiel seht ihr? Das ist ein Witz. Und gerade Raketen werde ich wahrscheinlich viele brauchen. Gut, bei dem direkt beim Portal ist auch noch ein bisschen Munition, aber ich glaub, das werde ich trotzdem auch brauchen. Vor allem, ich brauch' ich ja auch noch ein bisschen was, um danach den Kampf nicht wieder aufzufüllen, dass ich dann in den nächsten Map nicht wieder komplett ohne Munition gehe. Und deswegen werde ich jetzt erstmal schön hier rumrennen und Munition sammeln. In der Hoffnung, dass ich dabei nicht komplett drauf gehe, weil ich hier noch nicht irgendwo Monster versteckt haben. Ähm, von daher, ja, was ist, warum ich jetzt grad drum gelabert habe. Ich hab' keine Ahnung mehr. Na los. Irgendwo ein supergeiles Mega-Sequid. Eins, wo ich alle Waffen auffüllen kann. Das wär' nice. Sowas hier zum Beispiel. Aber ist kein Secret. Schade eigentlich. Seht ihr? Auf solchen Sachen zum Beispiel, das müssten wir noch ein bisschen verändern, ja? So Sachen hier, die die Map vielleicht ein bisschen auffrischen. Zum einen texturmäßig, wenn du sagst, das hier sieht wohl ein paar Kacke aus. Äh, so... Ah! So viele gleichmäßigen Texturen. Ja, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? So, du, ich seh' dich. Ich seh' dich. Da hinten. An sowas müssen wir noch arbeiten. Erstmal noch ein paar schickige Secrets, dass man zum Beispiel, jetzt als reines Beispiel, ähm, ein paar von diesen Türen, hier sind ja überall die Türen. Dass man davon ein paar öffnen kann, irgendwo reinschlüpfen kann. Vor allem, wie gesagt, ein bisschen Abwechslung, weil es jetzt wirklich überall das Gleiche. Diese Textur haben sie echt bei jeder Tür hier verwendet. Da noch ein bisschen Abwechslung. Ich meine, es ist halt eine große Map. Ist zwar schön, sorgt aber leider halt auch dafür, dass es sehr schnell eintüglich lookt. Gerade hier die Straßentextur, da sieht man halt gerade an welchen Momenten. Ich meine, die Map wirkt geil, weil kurz offene Fläche. Aber gerade von welchen Positionen, wie ich jetzt hier gerade stehe, merkst du halt, aha, das ist eine kleine Textur, die immer wieder gecashelt wird. Und das ist dann doch schon, ich würde nicht sagen, traurig, aber schon bemitgliedswert. Oh, ich mach' ich runter. Ob das hier wohl ein Fiekert ist? Ich spring' mal ganz kurz. Ähm, ja gut. Das war jetzt soo... nicht gedacht. Das ist also als Fallschaden extreme programmiert. Gibt's hier was? Achso, das ist das, wo die Gegner hier mich vergewaltigen wollten. So. Ich hab' auch noch keine BFG. Bei dem jetzigen Gegner könnte ich so was von gut eine BFG gebraucht. Ist auch eine normale Straße. Ob ich hier wohl runter kann? Wir werden sehen. Wahrscheinlich auch nicht. Ja, ne. Ist also tatsächlich einfach totes Gebiet, was nur zur Veranschaulichung ist. Was an sich nicht schlimm ist. Ich meine, muss ja nicht alles betriebbar sein, oder? Ähm. Ah, genau. Hier sind wir jetzt bei dem Ausgang. Halt mal so. Hier kann ich jetzt schön Items farmen. Aber ich spiele ich hier grad Minecraft, oder was? Ja, sieht schon mal. Nein, mal so schlecht aus. So. Und hier gab's ja bei Brutal Doom Explimination Game noch ein paar Secrets. Allerdings hier gar keine Secrets. Also das ist jetzt natürlich auch schon weg. Hat sich auf jeden Fall draufgenommen, um hier rauszukommen. Weil diese Kack-Gegner einfach zu Kack-Scheiß-Gut waren. Ich werd' diese Dinger in Lieferstehen. Ach, man kriegt immer nur eine davon auf. Wie behindert ist das denn, bitte? Hä? Und da gehen die auch noch im, 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 im Dual, äh, 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 äh. Dual-Serial-Scheiß-Egal-Modus auf. Ist ja nett. Ist das ja. Also brauche ich jetzt eigentlich noch alles. Also hier brauche ich noch so ein kleines bisschen. Das ist bereits voll. Aha. Perfekt. Das sollte reichen. Ansonsten. Ansonsten, Raketen. Ja, doch. Alles voll. Alles voll. Gut. Das reicht mir vollkommen aus. Mehr begehrt mein Herz gar nicht. So, jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Gott, ist das ne riesige Map. Vor allem, die wird noch nicht fertig. Die muss ja noch die selten Länge besiegen. Das wird also ein schön langes Let's Play. Ah, da kann ich nicht schneller rennen. Oh Mann, ey. Los. Geronimo. Bin ich jetzt überhaupt richtig? Eher noch. Bin ich. Oh. Mal schön abkürzigen in der Renn. Luftgegen hier sozusagen. Siehst du, ich kann das grafen. Bei Vanilla. Ich hätte die von abbiegen müssen. Nee, doch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Ich renne komplett falsch. Sag mir das doch. Wenn ihr nämlich so rennt, dann rennt ihr tatsächlich etwas schneller. Ich weiß jetzt nicht mal, wie viel Prozent das waren. Ob es 25 oder 30 Prozent mehr waren. Aber auf jeden Fall dieser Maschine trägst. Weil ihr rennt praktisch so normal und so normal. Und so rennt ihr praktisch mit der Wurzel auf zwei fachen Geschwindigkeit. Heißt also 141 Prozent rein mathematisch. Aber die haben da damals irgendwie immer noch andere Wurzel erwähnt. Irgendwie 130 Prozent. Wahrscheinlich, weil man langsamer strift, als man läuft. Ja, wieso? Ich hab keine Ahnung. So, okay. Hier kann ich jetzt speichern. Und jetzt wird's vernatzt, bis der Arzt kommt. Ich geh erstmal hier rauf. Bam, bam. So. Damit hab ich schon mal ein bisschen Leben. Jetzt muss ich hier noch ein paar Gegner bewegen. Hier sind keine. Aber das sind hier eine ganze Menge. Vor allem das Schöne ist, es ist endlich die letzte Map in der City. Da, das Portal. Da muss man rein. Das Problem ist nur, Klischee, Klischee, oh je mine. Das Portal wird von einem dicken, fändigen, gewissen Monster bewacht. Und das Monster hat's echt in sich. Also. Und der, den, den ich jetzt grad abschieße, der ist richtig hinterhältig. Weil der Spawn, also der ist da hinten. Und man rennt da rein. Normalerweise von hier. Man sieht ihn also nicht. Und das Problem ist, man muss sich wirklich, man muss sich auf diesen Endgegner konzentrieren. Weil der ist sau stark. Und, äh, gut. Ich meine, mit Doom for Doom hab ich das noch nie probiert. Und ich weiß noch nicht, ob es der gleiche Endgegner ist wie früher. Ja, ich hoffe, ich denke es einfach mal und hoffe es irgendwie auch. Nicht, dass er jetzt noch stärker geworden ist, das wäre nämlich echt scheiße. Äh. Egal. Äh, Fakt ist auf jeden Fall, ich muss mal ganz kurz was gucken. Print. Inventor. Ist mein Prozentwert noch zu hoch? Oder was? Cash, Percent, Bonus, Null. Da, nimmst du, Null. Aber ich hab trotzdem schon wieder 11.000 nach einem Level. Aber gibt's hier echt so krass viele Monster in der Map? Nice. Ähm, und wie gesagt, dieser Boss-Gehner ist halt unendlich, also nicht unendlich, aber extrem stark. Man muss sich also wirklich komplett auf den fokussieren. Und wenn man dann reinspringt, dann kommt man aber in den Schussplatz von dem Monster, was dahinter ist. Und hat dann einen Zwei-Fronten-Krieg. Und das ist echt Arschfick. So. Was jetzt kommt? Mir fällt grad auf, ich kann bei Doom for Doom schieten. Okay. Ja, lol. Okay. Es wird doch ultra einfach. Man kann nämlich normalerweise aus dem Ring nicht raus, weil der Ring zu hoch ist. Aber mit Doom for Doom kann man ja höher schießen. Woa. Alter. Was ist jetzt gerade was ich meine? Hä? Der kriegt überhaupt keinen Schaden. Doch, der kriegt ganz Wissen Schaden. Hä? Also ich hab ihn gerade paar Mal getroffen. Was ist mit dem los? Hat er gesoffen? Lol. Der kriegt keinen Schaden. Was zur Hölle ist denn da los? Hallo? Och nö. Das ist jetzt unfair. Man muss im Ring stehen, damit der Gegner Schaden bekommt. Das ist ja mal richtig hinterhältig. Das ist ja mal... ist das scheiße. Okay. Also doch die klassische Methode. Ja, nein, nein. Eigentlich kann ich dir auch zu feuern. Das soll ich noch ein bisschen angenehmer. Digga, das geht nicht. Das ist nein. Ich brauch Leben. Ich will das Ding aber auch noch nicht benutzen, weil ich hab 200% Leben. Alles, was ich brauch, ist Rüstung. Und das wäre eine echte Verschwendung. Ist das ne Kacke? Ist das ne Kacke? Achso, andererseits gut. Wir haben ja 11.000 Punkte. Oder nehm ich... Nein? Warum schickt der mir immer jetzt das, was ich nicht gebrauchen kann? Äh, äh. Geht doch. Meine wieder. Ja. Und jetzt? Arschfick-Song. Was? Äh, das war ja schon mal nichts. Ähm. Oha. Hallo? Wo bin ich denn jetzt hier? Nein, nicht das mal anvisieren. Du sollst... Was ist denn hier los? Hast du vielleicht mal... Hast du mal... Achso! Der wird mich verärgern. Arschloch. Oh, Alter. Das wird nicht. Das wird nicht. Das wird nicht. Das wird nicht vergessen. Nein. Ähm. Oh, Alter. Hallo. Jetzt rennen wir mal aus hier. Wow, ich bin tot. Sag mal, was ist denn jetzt? Ist der noch bescheuerter als... Weiß nicht. Wir holen auf Feldbusch im Nachtkleid. Jetzt mach ihn. Sonst gibt's Krieg. Und der ist nicht nett. So, kann ich ihn so angreifen? Oder geht das auch nicht? Weil das Spiel mag ich nicht. Oh, jetzt geht er sich gegen Gegner. Ah doch, das geht. Alter, das geht alles nicht. Das geht alles nicht. Boah. Fuck. Nein, nein, nein. Ich bin so noch dran. Ich bin... Alter, wo häng ich denn überall fest? Äh. Er sagt, was weiß ich, dass er mich hier treffen kann. Der kann immer noch anvisieren und schießen. Ja, der schießt die ganze Zeit. Oh, Leute. Oh, Leute. Das wird doch härter als ich dachte. Mann, diese Autos hier. Oh, da häng ich denn hier fest. Oh, Mann. Okay. Erstmal aufräumen. Denn das wird so definitiv gar nichts. Das kann ich instant vergessen. Ach, jetzt reicht's mir lang. Dann, jetzt mach doch mal hin. Das ist doch hier kein Nokia-Handy. So. Okay. Verfahren war. Ja, nee. Mit Direktwaffen brauch ich gar nicht versuchen. Da ist doch der... Ah, scheitern. Ähm, das wird ja nicht mehr tun. Die hier? Nein, die hier. Da liegt zumindest nicht mehr. Das ist mir nicht jetzt einfach aufgemacht. Na, komm, komm, komm. Sprich hoch. Nein. Aha, das funktioniert. Boah, Alter. Junge. Boah, Alter, wo... Ich hätte immer noch 12.000. Hä? Verletzt das ich jetzt selber, oder was? Oh, Alter. Wie können die Raketen so schnell fallen? Ich lauf doch schon. Das funktioniert nicht. Nein, das funktioniert doch nicht. Ich brauche einen neuen Bezugspunkt. Ja, der kann schneller schießen als Brutal, aber das funktioniert nicht. Alter, wie viele Raketen brauchen denn, bis das stirbt? Ah, der ist so alt und nicht das funktioniert. Das funktioniert nicht. noch gar nicht. Ich hoffe ich krieg's hiermit ausgeschalten, sonst weiß ich gar nicht, wie das machen soll. Achso, nee, das da. Bamm. So. Ja, komm jetzt. Nee, mach da immer noch, mach da immer noch. Och Leute, das gibt's doch gar nicht. Wie soll ich das denn schaffen jetzt? Ist das behindert oder was? Okay, ich muss shooten. Okay, nee, ich bin nicht drin. Kann ich nicht wegmachen. Oder bin ich? Achso, da. Ah nee, gibt's nichts. Das ist doch scheiße, Alter, was mach ich denn jetzt? Äh, ich muss halt einfach so aufprobieren, bis es klappt. Äh, ansonsten ist das letzte Monster... Ja, ich häng schon wieder fest. Och Leute, man leckt mich doch am Arsch. Ja, komm. Also, das ist das letzte Monster. Wer will, kann also schon abschalten. Es wird wahrscheinlich noch eine halbe Stunde oder anderthalb Stunden, vielleicht noch drei Stunden dauern. Wollt ihr hier alles Mögliche anvisiert, nur nicht davor sagen, wie ihr hier soll. Und ich hier überall hängenbleibe. Ja, komm, komm, komm. Ja, ich renne doch schon außenrum. Oh, ey, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für eine Scheiße? Alter, ich, 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 ich sehe nicht, was der macht. Weil ich muss mich komplett darauf konzentrieren, wo ich hinlaufe. Ja, nee, das kommt. Komm, das wird doch nichts mehr hier. Das ist doch... Nein. Er visiert ihn auch nicht an. Ja, komm doch. Wow. Och Mann, Alter, was ist denn das hier für eine Scheiße? Alter. Ich fress gleich mein Bart. Ja. Wo hat der Film geschossen? Du darfst ihn anschießen. Oh, ich hab kein Auto. so, jetzt schießt doch mal. Ja. Ja, komm. Ach, Mann. Hatte schon ein Wetter, das lange dauern könnte? Bestimmt nicht. Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. ein beliebiges Lied einfügen. Ja, komm, leck mich doch, Alter. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Ja, die Autosäcker, ich folge hier noch nicht mal. Ich kann hier gegen schießen, wie ich möchte. Alter. Alter, was sind das hier für Autos? Von Mercedes oder was? Ja, ne. Also, durch Beschädigen krieg ich sie auch nicht weg. Ist das behindert? Ist das behindert? Ganz ehrlich. Das ist wirklich ein bisschen Abfuck jetzt, gerade. Ja, komm, meine Scheiße. Ich hab' ein Drittel des Lebens weg von ihm. Ein Drittel. Oh, der hat von mir schon die Hälfte weg. Ne, das wird wieder nichts. Das kann ja nicht sein. Oh, das wird doch nichts. Wow, ich hab' die Hälfte von ihm weg. Und ich hab' ein Verbot. Komm, 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 komm. Gut, ich werde jetzt mal die Waffe hier probieren. Das bringt aber nichts. Keine Ahnung, was die macht. Ich scheiße mir wieder keine Chance zu machen. Oh, doch! Ja, mach, mach du mal! Ja, geht doch! Was? Oh, leck mich! Ernsthaft jetzt? Wow! Wir kamen also nicht mal mehr dazu, unsere Waffen wieder aufzuladen. Das ist doch so behindert einfach. Das ist einfach... Alter... Also ich kann euch echt nur empfehlen, spielt dieses Map-Hack niemals mit Doom for Doom. Also Doom for Doom ist echt geil. Und Extermination Day ist auch echt geil. Aber beides in Kombination, das funktioniert gar nicht. Das ist so fucking unausgeglichen. Das funktioniert einfach nicht. Vor allem verstehe ich nicht, warum die, ähm, diese Brocken, die da sind. Die werden ja nicht mal als Monster gelistet. Ich hab' diese Monsterbefehl eingegeben, um zu gucken, was alles als Monster gelistet wird. Und da tauchten diese Brocken gar nicht auf. Weil, äh, Toiletten und so von denen weiß ich das. Weil die werden auch als Monster gelistet. Da muss man aufpassen. Aber der fucking Raketen-Launcher, der zielt auch auf die Brocken. Vor allem, wie ihr gesehen habt, ich bleib' überall hängen. Äh, das ist... Genau das gleiche wie, wie über dieser U-Bahn-Lab. Ist genau das gleiche. Ist das zum Kotzen. Egal, ich speicher. So. Ich hoffe, nur meine Munition... Naja, gut. Die Raketen haben wir komplett aufgebraucht. Also Raketen habe ich jetzt keine mehr. Ah, ist das behindert. Ah, ist das behindert. Ist das behindert.